Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, hallöle und diesmal auch wieder mal mit Ton von mir. Ja, du, ist wohl das Mikro ausgefallen in der letzten Folge. Keine Ahnung, wann das da passiert ist. Vielleicht ist es euch nicht mal aufgefallen, du, du quatschst ja eh nicht so viel, wenn er konzentriert ist. Das stimmt wollen. Aber was soll's, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder am Start. Gorkil hat in der letzten Runde hier gewonnen auf dem Erebor, erneut natürlich und natürlich erneut auch mit Hilfe des Gelbologen. Während du hier unten einen Angriff auf den letzten gelben oder den vorletzten anderen gelben Stützpunkt versucht, was ich mir schon fast gedacht habe. Ja, wir versuchen das natürlich aufzuhalten aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, warum versuchen wir der Dü aufzuhalten. Ganz merkwürdig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Mal gucken. Ich auch. Okay, dann los. Rein da. In Achtzeit. Diesmal hat der Dü auch von Haus aus ein paar Leute mit dazu genommen. Ja, mal gucken. Kannst dich auch noch muten, bitte. Ja, ja, ich bin ja auch noch nicht so weit. Ich will dir jetzt mal zuquatschen, damit du voll orientierungslos bist. Das ist taktische Kriegsführung oder so. Strategische Kriegsführung oder irgendwas Kriegsführungsmäßiges. So, jetzt bin ich gemütet. Äh, jetzt sollten wir nämlich auch so langsam anfangen. Nehmen wir den da und dahin und dorthin. Wir wissen was zu tun. Wir sehen da und dahin und dorthin. Also, meine Jungs, was zum Teufel? Ja, lief nicht so gut. Das neue Gebäude ist fertig. Wieso spornt der da unten? Und wieso baut der da direkt? Ja, wer sind diese Weibnags? Maaaann, das ist ja von der Arsch, ja. Herr Feind! so das ist sehr ja ich bin voll irritiert ihr merkt schon wo ist meine drache hier auf die da ich muss ein bisschen bauen weil wegen dann werden wir mal unsere leute mit unterschicken sicherheitshalber irgendwie schafft sie schon er sieht diese wege ja hier drauf wie sogar wer kommt denn wieder an außerdem ist fertig lebt er noch die große frage so lebt bei dem oder ja hoffentlich lebt bei dem nur noch der drache oder so na toll wir werden haben geglaubt na komm mal rauf auf das ding hier an die brauche das ding die höhle ist bereit okay hier das ist kein guter platz so und du baust mal hier gar nichts so und jetzt hier das gebe ich beobachten die höhle erweitert da und dann müsste es gewesen sein eigentlich alter was war denn das für eine scheiße ja ich habe dumm gespielt ja aber auch wie dumm wir waren halt direkt nebeneinander natürlich ne ja ich dachte ja so in aller ruhe und so weiter und so fort und dann sehe ich das da unten schon von dem gelben die baumeister in bedrängnis sind dass der wieder bei dir gebaut hat das ist so ein scheiß bug den ich da mal gemeint hatte das erste mal dass der vor kommt doch der hat neben dir versucht zu bauen ich habe das ja gesehen der hat neben dir versucht irgendwas hinzusetzen achso ja da halt in der Nähe hat er gebaut und äh aber ja Glück im Unglück kann ich dazu sagen dass ich das hier irgendwie überstanden habe wäre mein drachen noch am leben gewesen wäre es vorbei gewesen glaube ich aber schade schade aber gut wir sind auf jeden fall fürs nächste mal finde ich mal das gefällt mir eigentlich ganz gut ja das muss aber nicht beim nächsten mal so sein letztes mal bin ich ja ganz anders gespawnt ja die schlacht die ist ja wirklich ja kommt immer drauf an wo man angreift wo man einheiten sind ziemlich random und so weiter na gut ähm das hätten wir äh dann würde ich mal äh ganz gepflegt sagen fehlt noch eine schlacht ja in Ruhen müssen wir tatsächlich noch eine schlacht schlagen oh ja tatsächlich na dann werden wir mal nicht ruhen tatsächlich sondern die schlacht an Ruhen gehen so okay ich müde mich wieder Ruhen ist natürlich nach wie vor scheiße ich habe nicht damit gerechnet hier irgendwie kämpfen zu müssen äh ich werde es trotzdem tun werde wahrscheinlich wieder alle meine Einheiten verlieren weil es hier wirklich beschissen ist zu kämpfen aber nun gut müssen wir jetzt mitleben ich glaube du ist wieder hier drüben rechts das heißt ich werde jetzt alles was ich habe nehmen und da rüber schicken und in der Zwischenzeit hier aufbauen und hoffen dass das irgendwie funktioniert so die Trolle lassen wir in Ruhe in Rune ja so 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 und so komm guck mal was da wird wirklich große Hoffnung habe ich natürlich nicht aber wer hat es denn erwartet dass er auch immer ausgerechnet äh Leute hinschicken kann wenn ich äh nicht da bin hier so naja vergreif mal an hier ja hier dann hier dagegen so kommt er das schöne ist ich habe gegen seine Einheiten auch sag mal die perfekten Gegeneinheiten das passt dann so hier hin und da hin wogegen kämpft denn eigentlich höhlenkolle sind ein herrscher na so ich muss natürlich weiter aufbauen sonst mach dich nützlich so ich sollte auch mal wieder bauen wo ist meine andere Baumeister hin habe ich den hier irgendwo reingeschickt nein wo auch immer der hin ist ich weiß es nicht so ihr geht hierher ihr geht nach oben und hoffe dass das irgendwie klappt was willst du hier kriegst du dich geh mal zurück nach Hause denn ich habe irgendwie dass wir gleich besucht bekommen so die festung steht äh das ist schon mal gut ich dachte da kann man nichts bauen dann drauf da wir sind die neuen herrscher geht mal hier runter bitte macht mal alles glatt was ihr findet ihr findet hier nichts wir haben hier Lager entdeckt nur dann macht weg das Lager Lager weg machen jetzt möchte ich sogar wissen wir haben eine neue Höhle macht euch kampfbereit das teil hier muss weg wahrscheinlich da unten da kommt der andere das war abzusehen das neue Gebäude ist fertig so wir brauchen eine Kühnluft ja macht was euch befolgen wird ihr wisst was zu tun ist ja ihr hier unten nicht ihr geht mal hier unten macht mal das da platt und ihr da drauf hier drüben ist der Stützpunkt ja ja wir werden dann fertig haltet euer Werkzeug bereit baut wo auch immer der sich doch umtreibt auf das ist nicht so schön und das habe ich überhaupt irgendwo umtreiben kann vorrecken so ok wir nehmen mal alles und äh nehmen das Ding hier unten auseinander so ok also ihr zwei nimmt das auseinander ihr zwei hier geht man da hin so irgendwo muss der ja sein vermutlich hier hinten irgendwo wir sind die neuen Herrscher hier geht mal da hin wir haben hier lagern hier gibt es sehr schön da aus dem Lager wir haben eine Kluft wir bauen da aus wir bauen eine Spinnensuber Lager 4 da haben wir doch was wir werden dann fertig so was kommt da oben da kommen Patroller rollt euch der Feind ist in unserem Lager das Teil muss weg das Teil muss weg ich bin verbunden stürmt nach vorne wir werden angegriffen so weiter 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 nach oben abhauen 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 vielleicht sehen wir ja noch was ansonsten müssen wir in ein paar Sekunden wieder runter wo ist hier drüben ich sehe dir nicht den Stützpunkt so ich werde mal hier macht euch wieder an die Arbeit dann werde ich mal hier macht dich nützlich dann werdet ihr mal hier hingehen und das Gebäude holen und das Gebäude holen wo ist der Feind der Feind durchs hier Halbtrolle Bewegung so okay der folgt mir tatsächlich bis ins Lager wie es aussieht so und ich würde sagen wir wenden an der Stelle einmal die Folge vielen Dank ja okay dann tschüss sie greifen die Mine an auf Heute ich When ich ' Chun ich hier